Wer hat das gewonnen? Ich hab's gesonnen! Schon wieder! Heute habe ich 251 Kilo Magen auf dem Tisch. Wirklich? Magen-Weibers. Ja. Halt das Auto. Füße auseinander gehen. Füße können sie nicht tanken. Mama halt das Auto, sonst kann man nicht alles heimtragen. Aber auf der Intensiv hat das gelangen. Und ich bin hergefahren in Wasser. Ja, das war schlecht zum Intubieren. Aber es war ganz stur. Das war's bei euch. Nein, weil ich in Lassung hergefahren ist. Das ist noch gar nichts. Ja. Hat er es überlebt? Ja.